Hallo und willkommen zu einem neuen Teil der Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal schauen wir uns an, wie man Flüssigkeiten simuliert. Für eine Simulation benötigen wir drei Dinge. Einmal Objekte für eine Kollision mit Wasser. Die kann man weglasten, aber danach ist die Simulation einfach langweilig. Das zweite ist eine Quelle von unserer Flüssigkeit. Das nennt man Inflow. Und dann haben wir noch eine Domain. Denn das ist eine Grenze, in der alles stattfindet. Im besten Falle könnten wir jetzt einen Würfel nehmen, der alles umschließt und somit die Domäne für unsere Liquid-Simulation gibt. Das Ganze war jetzt etwas theoretisch. Kommen wir zur Praxis. Wir haben hier zwei Köpfe. Das sind einfach Monkeys. Die könnt ihr mit Shift-A-Mesh-Monkey erstellen. Scale-Zie ein bisschen. Beachtet, das Ganze sollte etwas größer sein als standardmäßig. Physik-Simulationen sind immer stabiler, wenn sie ein bisschen größer sind, anstatt zu klein. Also bauen wir zwei Köpfe. Ganz wichtig, Location, Rotation und Scale sollten Applied sein. Wenn ihr das habt, baut ihr noch eine Kugel. Das wird unser Inflow. Einfach dieses Objekt hier bauen. Hier hochziehen. Das ist eine normale UV-Sphere. Und dann habt ihr die auch schon fertig. Wichtig, wieder alle Transformationen Applied. Und dann braucht ihr noch einen Würfel, der alles umschließt. Das wird unsere Domain. Ganz normaler Würfel, etwas höher gezogen. Gehen jetzt in den Wireframe-Mode, damit wir sehen, wie das Ganze aussieht. So ungefähr. Und auch hier wieder alle Transformationen anwenden. Beginnen wir mit den Köpfen. Das sind Collider. Wir könnten jetzt hier einfach Collision anklicken, wie es zum Beispiel bei einem Rigid-Buddy der Fall wäre. In dem Falle ist das aber nicht richtig. Wir bewegen uns ausschließlich im Fluid-Tab. Das findet ihr hier unten in den Physik-Properties. Also gehen wir auf Fluid und sagen, es ist ein Effektor. Alle Kollisionsobjekte sind Effektoren. Also von Effektor hier auf Collision. Das war es schon. Das können wir hier auch machen. Fluid, Effektor und dann auf Collision. Das reicht schon, damit unsere Objekte hier mit unserer Flüssigkeit kollidieren werden. Jetzt brauchen wir noch eine Quelle für unsere Flüssigkeit. Und das wird unsere UV-Sphere. Dort gehen wir auf Fluid, Low, Liquid, Inflow. Inflow bedeutet, dass Wasser aus dieser Kugel herausströmt und zwar in dieses Becken, in diese Domäne reinfließt und zwar so lange, bis die Simulation endet. Und die endet immer mit einer Timeline hier unten und aktuell ist die auf 250 Frames eingestellt und eine Standardsimulation ist ebenfalls 250 Frames lang. Und danach hört das Wasser auf zu fließen und es beginnt wieder von vorne. Wir haben jetzt also unseren Liquid auf Inflow gestellt. Outflow ist das Gegenteil. Das bedeutet, die Kugel wird Wasser, das bereits vorhanden ist, aufsaugen. Und zwar in der gleichen Geschwindigkeit, wie Inflow es einführt. Nachdem wir das abgeschlossen haben, kommen wir zu Domain. Die Domain ist unser Spielplatz. Das ist unsere Sandbox, in der alles stattfindet. Es ist also kein Mesh, das später zu sehen wird. Es ist einfach ein unsichtbarer Border. Und damit wir aus diesem Würfel so etwas machen können, müssen wir auf Fluid, Type Domain und vom Domain-Typ auf Liquid. Was ich euch empfehlen kann, ist, wenn ihr die Version 2.9.2 oder höher besitzt, dass ihr die neue Simulationsumgebung benutzt, nämlich APIC im Gegensatz zu FLIP. Also wechselt ihr auf APIC. Das ist in den ersten Berichten bisher, so alt ist es ja noch nicht, als stabiler bezeichnet und vor allem ein bisschen schneller. Wobei es da auch schon Gegenstimmen gibt, aber stabiler reicht mir schon. Nachdem wir das abgeschlossen haben, können wir bereits die Play-Taste drücken. Wir haben jetzt nur Partikel, die runterfallen. Diese Partikel sind der erste Schritt der Berechnung für eine Liquid-Simulation. Dort wird geschaut, wo diese Partikel auftreffen. Und wenn uns das alles so gefällt, dann können wir das in aufwendigeres Mesh umwandeln. Aktuell werden also jetzt diese Ströme berechnet, wo es hinfließt, wo es hier Geschwindigkeit aufbaut, wenn es in die Kanten kommt. Und wo es zwischen den Augenpartien hindurchlaufen wird. Wenn uns das gefällt, einmal die Wasserstandsmenge, die hier langsam ansteigt. So wie die Länge der Simulation und wie unsere Kollisionsobjekte stehen. Dann können wir hier wieder auf den Frame 0 zurück und wandeln das Ganze in Mesh um. Die folgenden Settings finden alle in der Domain statt. Das bedeutet, markiert eure Domainbox und geht hier noch ein Stück nach unten. Und hier habt ihr den Haken Mesh. Wenn ihr Mesh anklickt, dann wird er aus euren Partikeln, die vorher heruntergefallen sind, ein Mesh bauen. Wir drücken erneut Play. Und wir sehen, dass unsere Flüssigkeit ab sofort in Form von Mesh hinunterkommt. Wir können hier auch in den Solid View Mode gehen, denn unsere Box ist jetzt nicht mehr sichtbar. Wir können die Simulation stoppen, wieder zurück auf 0 oder auf den Frame 1 besser gesagt. Und hier schon mal Shade Smooth anklicken und nochmal Play drücken. Das sieht schon ein kleines bisschen besser aus. Wenn ihr es so hingeschafft habt, dann habt ihr schon viel erreicht, weil danach wird es nicht mehr schwieriger. Nachdem wir unser Mesh hier noch ein bisschen blockig haben, können wir das immer noch etwas anpassen. In unserem Fall hatten wir einen Upress-Faktor von 2. Jetzt seht ihr, wie unsere Simulation aussieht, wenn wir den Upress-Faktor auf 4 stellen. Ich habe das schon mal vorbereitet, weil das Bacon von der ganzen Geschichte natürlich jetzt länger dauert. Wir sehen jetzt viel feinere Mesh-Partikel. Mesh-Partikel gibt es gar nicht. Aber wir sehen viel feinere Tröpfchen, weil unser Mesh nun kleiner ist. Wir haben jetzt eine realistischere Simulation und können uns jetzt schon mal zufrieden auf die Schultern klopfen und ein Material anwenden. Es ist an der Zeit, unsere rote Flüssigkeit zu bauen, indem wir einfach ein neues Material erstellen. Dort gehen wir auf die Farbe Rot, die Roughness ganz nach unten, die Transmission ganz nach oben. Wir gucken mal, wie es aussieht. So gefällt mir das. Dann können wir hier noch auf den Susanne-Köpfe noch ein Shade Smooth anwenden und hier ebenfalls ein Material bauen. Wir setzen die Roughness ein bisschen nach unten, dass es schön glänzt und den Metallic-Wert nach oben. Unserem zweiten Kopf geben wir genau dieses Material. Unsere Simulation ist soweit fertig. Ich biete euch sehr gerne an, was ihr Probleme habt bei eurer Liquid-Simulation oder anderen Problemen bei Blender auf unseren Discord-Server zu joinen und dort eure Fragen zu stellen. Der Server ist komplett auf Deutsch gehalten und der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung.